Bewegung ist da im Markt und der Grund dafür, der ist auch relativ leicht nachvollziehbar, denn es ist Freitagnachmittag in Jackson Hole, ist es natürlich noch nicht Nachmittag, aber hat Powell gesprochen, wir gucken uns das mal ganz kurz an, hier die Termine heute. Jeremy Powell hat um 16 Uhr unserer Zeit gesprochen und ich will gar nicht auf die Details der Rede eingehen, wenn ich ehrlich bin, die weiß ich auch gar nicht, ist auch für mich als Chart-Techniker nicht ganz so relevant, dafür gibt es dann natürlich viel bessere, Markus Fugmann beispielsweise, der das so schön immer dann auf den Punkt bringt. Das will ich aber an dieser Stelle gar nicht in den Fokus bringen, sondern wir wollen mal gucken, wie haben die Marktteilnehmer darauf reagiert, wie ist also die Reaktion auf dessen, wenn es nicht nur darum geht zu staunen oder in die Hände zu klatschen, sondern Geld in die Hand zu nehmen, das ist ja das, was wir am Markt sehen, das ehrlichste Abstimmungsmittel, nämlich diejenigen, die dann auch wirklich sagen, ja gut, dann machen wir halt. So, wie ist das Ganze ausgegangen, wenn wir mal beim Dow Jones angucken, hier der Future-September-Kontrakt, dann sehen wir im Moment die Bewegung nach oben, das ist nicht so sehr untypisch, wir hatten darüber gesprochen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass wir hier eine Art Korrektur haben, ich mache nochmal so in Erinnerung, vorne Korrektur, zack, dann die große Bewegung, dann irgendeine Art der Korrektur jetzt hier, idealerweise sollte die ähnlich groß sein, wie das, was wir vorher haben, ich denke, das kann man ungefähr gelten lassen, also das ist jetzt sehr rudimentär, das kann man auch schicker malen, aber ihr seht ungefähr, das ist in etwa das gleiche und dementsprechend, wenn das tatsächlich so sein sollte, 1, 2, 3, 4 und jetzt dann 5, dann müsste es noch weiter nach oben gehen, ja gut, bis jetzt tut es das auch und das untermauert das bullische Bild, das wir ja seit Tagen eigentlich haben oder über das ich ja immer wieder gesprochen habe, was einfach so das Marktverhalten der Marktteilnehmer ausmacht, das eben dafür spricht, dass es in etwa so aussieht. Wie hoch gilt dieser Punkt also? Das ist eine ganz spannende Frage, er wird sicherlich typischerweise, ich muss im Typischen bleiben, die Zukunft weiß ich genauso wenig wie die meisten von euch, aber da drüber gehen, das ist ein Klassiker und wenn wir schon dran sind, dann werden wir wohl auch diese Marke zumindest mal in den Versuch nehmen anzugreifen, aber wie viel es dann weiter geht, es gibt sowas wie eine extendierte fünfte Welle, also dass es eine lange gibt, die ist aber statistisch gesehen wieder weniger wahrscheinlich, also in der Regel ist es die dritte, die besonders lang ist, die erste ist hier schon kürzer, das passt, die fünfte ist gerne ähnlich lang wie die erste, kann auch ein bisschen länger sein, also das bringt uns genauso auf diese Tendenz, was wir hier haben, ich male jetzt mal hier so eine ganz grobe Box rein für den Dow Jones und das ist, sagen wir mal, so ein typisches Teil, wo es ganz gerne hingeht. Kann es weiterlaufen? Ja, kann es, ich habe es angedeutet, Fifth Wave Extension oder eine fünfte Welle Erweiterung sozusagen, ist nicht selten, im Gegenteil, davon können wir ausgehen, dass das häufiger mal passiert, kann in diesem Fall passieren, wenn eine gute Stimmung von Seiten der FED ist, Tapering steht nicht an, hier wir drucken weiter Geld, 120 Milliarden ist ja da im Topf jeden Monat, das Geld wird in den Markt gepumpt, cool, kann ja den Markt eigentlich nur nach oben treiben, dann ist die Frage, ob er da schon wirklich aufhören muss und selbst wenn er ein bisschen runterkommt, denkt immer dran, wenn wir hier vorne tatsächlich so dieses klassische Verlaufsmuster bekommen und dann kommt der Markt tatsächlich runter und das passiert in so einer dreiwelligen Bewegung eben, dreiwellig ist immer am auffälligsten oder in irgendwas, was eben sehr korrektiv aussieht, da sieht man es deutlich, hier hat man es deutlich gesehen beispielsweise, nicht immer sieht man das deutlich, aber wenn das so deutlich zu sehen ist, nur jetzt halt größer als dieses hier, das muss ja zu dieser Bewegung passen, von da bis da, wo auch immer das Ende dann dieser ersten Bewegungswelle ist, dieses Fünfwellers hier hoch, wenn wir das bekommen, dann ist sogar noch mehr drin, also ich bin überhaupt kein Unrufer jetzt für die Negativseite, aber wir müssen im Hinterkopf halten, jeder Fünfweller, wenn er nicht der Erste ist, kann auch der Letzte sein, das ist dann häufig am Ende einer solchen Bewegung der Fall eben, ja die Letzte, die Fünfte Welle, das ist möglich, deshalb wichtig zu gucken, ob es wirklich hier so aussieht, denkt an sowas ähnliches beispielsweise oder eben dreiwellig, wie wir das hier teilweise ja hatten, hier seht ihr das ABC oder hier im kleinen ABC, das ist immer so auffällig, kriegen wir das hier in dieser Stelle, dann ist erstmal die Welt in Ordnung, nur wenn er dann jetzt auch genauso schnell wieder runter käme, dann ist erst nochmal Gefahr, dass mindestens nochmal die Abwärtsbewegung kommt, also das wäre dann so eine Idee der Fortsetzung, ich habe die ja zu kurz gezeichnet, weil da mein Chart endet, aber ich glaube ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft. Das ist aber nicht eine Sache, die jetzt nur beim Dow gilt, das ist beim S&P 500 genauso, wir hatten ja mehrmals schon drüber gesprochen, hier habe ich es jetzt mal sauber gezeichnet, diese grüne Linie ist exakt die gleiche Länge wie diese Abwärtsbewegung, da seht ihr, die war sogar noch leicht weniger lang, ja, aber der Grundtenor, die Tendenz ist hier die gleiche, nämlich diese klassische Fünffälligkeit, ich weiß, einige tun sich damit schwer und sagen, Mensch, das mit den Fünffällen, ist das denn so realistisch, macht das denn Sinn, ich weiß hier noch nicht, ob es so vielleicht sogar zu zählen ist oder von da oben, das ist aber kein Riesenunterschied und dann die fünfte, das ist natürlich ja nur so ein Erklärungsansatz dafür, der halt durchaus relevant häufig passiert, sodass man sagen kann, als Orientierung ist das schon nicht so schlecht, wenn wir solche Fünffälligkeiten haben, wir haben die Größenordnung, die wir da ein bisschen abschätzen können, das ist eine Hilfe, ja, also mehr ist es nicht, bitte geht nicht davon aus, dass das jetzt hier heilig ist und anders darf der Markt nicht, aber im Regelfall lässt sich das, wenn man es gut sehen kann, dann auch entsprechend der Nutzen, sprich, dann ist so die fünfte, dann kommt dann das Ende, die Korrektur und danach, wenn es korrektiv war, dann sehr gerne eben nochmal eine Fortsetzung. So, also, soweit, so gut hier beim Nasdaq, ich glaube, das müssen wir nicht breittreten, da habe ich es hier nochmal gezeichnet, ich kann das mal wegmachen, offensichtlich ist das hier mehr oder weniger das Gleiche, 1, 2, 3, 4, 5, hier die fünfte Welle hier nach oben, also ein bisschen die Sorge, dass das jetzt vielleicht nicht ewig weitergeht bis zu einer etwas größeren Korrektur wieder, die dann ansteht, aber insgesamt sind das positive Anzeichen, da ist nichts Bärisches dabei, aber wer hätte das gedacht, hört, hört, wenn der Kurs so nach oben geht. Ganz kurz nur für die Freunde des ganz kurzfristigen Charts, hier sehen wir jetzt intern etwas, das Video werdet ihr wahrscheinlich zu spät sehen, da ist die Kuh vom Eis hier, aber Schub runter, A, B, C nach oben, würde natürlich im kleinen Bild genauso funktionieren wie im großen, also wenn ihr hier sowas seht, Schub hoch, also hier Schub hoch und wackelig runter, hier was umgekehrt, Schub runter, wackelig hoch, dann nochmal die Fortsetzung, genauso geht das grundsätzlich im Kleinen auch, also das ist jetzt nicht auf eine bestimmte Zeitebene festgelegt, wann immer ihr es seht, nicht immer erkennt man das deutlich, aber wenn ihr es seht, dann ist es relativ gut nutzbar. So, ich habe von den Fünfwellern gesprochen, dann ist es klar, dass es bei Gold eben auch durchaus so sein kann, 1, 2, 3, 4, 5, danach kommt erstmal so eine Korrektur. Meine Erwartungshaltung bleibt eigentlich nach wie vor, dass wir hier in diese Kiste reinlaufen, in diese Box, werden wir jetzt mal sehen, aktuell ist der Kurs ja stark, denkt aber immer dran, eine Korrektur kann locker auch so aussehen, wir haben häufig drüber gesprochen, Flat, das heißt, dass dieser Kurs nochmal einmal da drüber geht, bevor er dann nochmal einmal in dieses Tief da reinfällt, das nennt man eine Flat-Korrektur, wenn dieser Punkt sogar höher ist als der da, das kommt gelegentlich vor, der DAX hat es ja mal vorgemacht. Apropos DAX, warum haben wir auf den DAX noch nicht geguckt, was ich gemeint hatte, ist genau diese Situation, das, das, das beispielsweise, hier im Kleinen theoretisch auch, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wie sieht es beim DAX aus? Das ist jetzt die aktuelle Situation und da war also die letzte starke Bewegung relativ deutlich nach unten, jetzt sehr wackelig nach oben, also ich möchte eigentlich nicht sehen, dass er die Unterseiten hier nochmal bricht. Wenn er da nämlich jetzt durchgeht, dann ist das nicht nur ein Zeichen von, oh ja, der wartet halt nochmal, sondern das würde dann doch erst nochmal deutlich mehr dafür sprechen, dass wir dann nochmal die Abwärtsseite mehr ansteuern. Denn das, was ich im Moment hier nach oben sehe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es nicht sexy. So sieht es nicht aus, wenn die Marktteilnehmer massiv überzeugt sind. Zumindest denke ich, ist das eigentlich nicht die beste Art und Weise. Aber man muss noch nicht jetzt in Panik geraten. Solange diese Unterseite hier, ihr seht, letzte hoch, vorletzte hoch, das Tief dazwischen, also hier die Stelle, solange da oberhalb bleibt, ist es gut. Wenn er da jetzt doch durchfallen würde durch diese Marke, wo liegt die? 15.751 ungefähr beim Index jetzt. Und dann ist auch schnell das, was wir hier haben, hier hinten nochmal fällig. Also dann seht ihr, dann reden wir sehr gerne auch nochmal um weitere 100 oder 150 Punkte, die der Kurs dann hier nach unten laufen kann. Und wenn wir dann an dieser Marke sind, wird dann geguckt, ob er die dann wirklich hält oder ob er sagt, jetzt sind wir eh da unten. Jetzt marschieren wir sogar nochmal weiter. Aber das müssen wir nicht jetzt in dieser Sekunde entscheiden. Auf jeden Fall, wenn ich mir diesen Markt angucke, ist er der mit Sicherheit wenigst überzeugte, was die aktuelle Situation angeht. Klar, die Notenbank pumpt das Geld ja nicht automatisch in den DAX. Das kommt dann doch mehr nach Amerika. So, jetzt haben wir lange gesprochen. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden hier über die verschiedenen Märkte. Ich werde das jetzt auch wahrscheinlich noch tun und mir das angucken. Aber für euch jetzt erstmal in diesem Video soll es das mal gewesen sein. Ich denke, dass wir vor dem Wochenende jetzt natürlich nicht mehr unbedingt noch eine neue Position jetzt hier aufmachen. Die Gefahr eines Gaps jetzt auch gerade, wo wir ja noch nicht fertig sind in Jackson Hole. Da kann es sein, dass es noch ein bisschen weiter geht und dementsprechend ein bisschen Spannung nochmal zu Gaps dann eben nach dem Wochenende führt. Aber nach dem Wochenende gibt es wieder ganz viele neue Trading-Ideen. Davon könnt ihr ausgehen. Jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Beitrag.